Föhn, Toaster, Bügeleisen, kleine Elektrogeräte werden in den Kommunen gesammelt, per Gesetz, für die Umwelt. Aber was hat die Umwelt von langen Fahrten zum Wertstoffhof? Oft ist der nämlich ziemlich weit weg. So wandert der Elektroschrott in den Restmüll und den Kommunen geht bares Geld verloren. Lässt sich das denn nicht verbinden? Die Lösung wäre wohl ein bequemes Bringsystem. Jetzt kommt Reiling ins Spiel. Mit dem Container für Elektro-Kleingeräte als Sammelstelle um die Ecke. Da atmet auch die Umwelt auf. Weniger Fahrerei, aber umso mehr Rohstoffe, die systematisch zurück im Kreislauf landen. Aus großen Teilen zusammengebaut, ist der Container nicht nur langlebig und stabil, sondern auch äußerst wirtschaftlich in Anschaffung und Unterhalt. Obendrein ist er flexibel und passt sich universell allen gängigen Leerungssystemen an. Das bedeutet, alle für einen, ein Laster für alle. Langfingern schlägt er ein Schnippchen, weil er die Klappe hält. Hier ist nichts zu holen. Beim Entleeren wird der Container Drehstab gedämpft, von außen geöffnet und nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip verriegelt. Innen herrscht gähnende Leere. Ohne Kabel und Stangen kann sich nichts verheddern. Als echtes Chamäleon macht der Container in jeder Farbe eine gute Figur und lässt sich frei gestalten. So haben Sie die Möglichkeit, dem Container einen ganz individuellen Auftritt zu verpassen und die Flächen für Ihre Botschaften an die Bürger zu nutzen. Um es kurz zu machen. Mit Reiling ist Recycling lukrativ, bequem, flexibel und unkompliziert. Auf dem Weg zum Glaskontainer kommen Föhn, Bügeleisen und Co. einfach mit. Alles ein Aufwasch. Und wenn Sie ein einheitliches Erscheinungsbild Ihrer Sammelstelle haben möchten, dann haben wir auch eine langfristige Lösung für Sie. Den Idealstandort mit allen Containern aus einem Guss. Davon profitieren nicht nur Bürger und Umwelt, sondern auch Sie. Eine echte Win-Win-Win-Situation, wenn man so will. Reiling. Mit uns schließen Sie Kreisläufe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017